und es ist nacht auch ne leute auch ne leute wo sind wir auf der karte ok sind ein stück weiter da es ist jetzt nacht da habe ich überhaupt keinen bock drauf leute guter zeitpunkt um zu sagen speichern wir doch einfach mal das spiel und ich darf nicht speichern alles klar so ein ding ist das ich will aber jetzt nicht weiterspielen i don't want i don't want to ich will definitiv wieder das gewehr scheiße wo steht das fucking auto da was machen wir jetzt warum zum teufel ist es nacht warum ist es nacht das monster jagt bei nacht wir erinnern uns an die aussage warte mal was haben wir da drin jetzt gekriegt wir haben dynamit bekommen damit können wir zur holzhöhle ich würde jetzt aber gern speichern ich will nicht mehr ich muss eine aufnahme pause machen kann ich jetzt speichern ich probiere es kurz noch mal aus nein ich kann ich kann nicht speichern warum kann ich nicht speichern und warum ist es nacht ich will nicht dass es nacht ist es gefällt mir gar nicht ja ich weiß wir wollten nach dem alten typen gucken aber geht jetzt nicht wir müssen zur höhle wir müssen die höhle aufspringen warum ist es nacht ich dachte eh no joke was soll das denn kann mir jemand sagen was das soll ich dachte wir sind schon beim gemischt verhandeln da sind wir auch ich würde sagen ein bisschen verschätzt hier aber nicht allzu viel das mussten irgendwo links gut dass ich so viel sehe ist es gewollt dass nacht ist es ist ein bug ist und ich noch in dieser sequenz drin war aber nicht kann eigentlich nicht das ist wenn wir hier richtig ich habe keine lust mehr ich habe ehrlich kann ich immer noch nicht speichern ich kann nicht speichern warum kann ich nicht speichern man ich will nicht zu dieser drecks höhle welcher mensch geht bei nacht zu dieser höhle komm rennen wunderbar ich sehe einfach überhaupt nichts mehr leute ich habe keinen bock ja und jetzt dafür bin ich hier rein für kippen und so ein schild ist mich komplett verarschen als ob hier sonst nichts ist hier geht es nicht weiter hier ist feuerholz hier sind was soll der kack hier geht es einfach nicht weiter hey leute ich will speichern ich habe keine lust mehr egal ich beende jetzt die aufnahme und spiele einfach gleich noch ein bisschen weiter denn ich muss ja jetzt gucken was wir als nächstes machen aber ich weiß es nicht um euch zu sein ich gehe jetzt da hoch zu dem haus ich weiß mal was passiert wenn ich da reingehe wir überziehen jetzt hier einfach kurz ein bisschen ist ja nicht weiter schlimm oder komm ich spiele noch zehn minuten ich wollte sagen ich spiele noch zehn minuten weiter gucken wir mal ob wir irgendwas neues im tagebuch stehen haben ach so da müssen wir jetzt hin weil wir jetzt alle leute gefunden haben wir müssen da jetzt hin weil wir alle leute gefunden haben okay egal das habe ich komplett vergessen irgendwie okay das war ganz am ende also müssen wir erst mal wieder zu unserem lieblings gemischt waren laden ach ach nein zu schnell aber ich komme rum oder ja boah diese musik ich kann das auch echt nicht mehr hören so ich sehe doch echt ist gar nichts mehr ich habe schon tagsüber nichts gesehen und jetzt sehe ich aber wirklich gar nichts mehr oh gott mann ey tricks baum okay ich muss hier lang da musste ich eigentlich die ganze zeit geradeaus bis zu dem unfall da so war das glaube ich macht bei nacht irgendwie nicht mehr so viel spaß das spiel tagsüber schon die ganze zeit so ein unwohles gefühl vermittelt aber jetzt erst recht gut dass unser spiel charakter hart im nehmen ist und den typen einfach gar nichts juckt bitte kein wolf denn ich habe es keine waffe dabei okay ice fund so ich hoffe ein neues hi okay 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 ich soll zum doktor soll da noch nicht lang darf denn jetzt speichern ich darf immer noch nicht speichern das heißt mir bleibt nichts anderes übrig als jetzt noch weiter zu spielen ja finde ich auf jeden fall nett von dem spiel ich will einfach nur speichern aber ich darf nicht auf geht's zum doktor über dem doktor was übersehen oder ist jetzt irgendwas neues und den ganzen weg wieder zurück an jeder stimmt nicht wir müssen nach der brücke rechts lang und zum doktor zu kommen ich erinnere mich dabei am anfang aber wir wollen mal zum doktor vielleicht neigt sich das spiel auch dem ende aber es ist noch so ein weiter weg bis zu hamilton eigentlich halt schon dann vorbeigefahrene ok warum darf ich da nicht lang es ist nicht der weg sah so aus ich gucke auf die karte wir sind ach nee wir müssen erst noch über die brücke okay mein fehler ja ausschalten sehr gute idee kein bock mal auf das dämliche gedudel also hier müsste es jetzt gleich links abgehen zum guten doktor längst kann uns da kurz aufwärmen ein däppel preis praxis doktor das ist es reicht langsam war das hier kein lichtschalter ja das haben wir doch schon gelesen hä ok wir haben jetzt einen neuen eintrag in unserem tagebuch der wäre was denn was hat er denn das tagebuch rein bin ich dumm war es das was wir finden sollten darf ich jetzt da lang wahrscheinlich schon oder sonst hätte er es nicht aufgeschrieben wir haben die patientenakten zwar damals schon gelesen darf ich denn jetzt speichern hoch nein ich darf einfach nicht speichern warum darf ich nicht speichern ich sehe doch überhaupt nichts wenn ich jetzt wieder dahin fahren dass dann nicht reicht ich schicke mich was jetzt in sein notizbuch eingeschrieben hat da war nichts neues boah safe die sagen gleich da muss noch mal zum doktor weil ich irgendwie doch nicht genug hier gerade gemacht habe boah dann werde ich sauer scheiße scheiße ach nee die brücke gott gott so und jetzt da vorne gleich wieder scharf links über die andere brücke natürlich küssen wir das schild erfasst super wie yo